Logik ist die Lehre des folgerichtigen Denkens und Argumentierens. Sie untersucht die Gültigkeit von Argumenten und die Wahrheit von Aussagen, versucht also herauszufinden, welche Argumente logisch gültig und welche Aussagen logisch wahr sind. Damit spielt die Logik nicht nur für die Philosophie, sondern für alle Wissenschaften eine wichtige Rolle. Alle Wissenschaften begründen nämlich Aussagen mit anderen Aussagen und formulieren Theorien in Form von Argumenten. Wie ein Argument aufgebaut ist, was man unter einer Aussage versteht und wann Argumente ungültig, gültig oder schlüssig sind, erfährst du in diesem Video. Argumente sollen Behauptungen begründen. Sie bestehen aus einer Konklusion und einer oder mehreren Prämissen. Die Konklusion ist eine Aussage, die durch die Prämissen gestützt wird. Die Prämissen sind Aussagen, von deren Wahrheit man ausgeht und die zur Stützung der Konklusion angeführt werden. Ein Argument, das aus genau zwei Prämissen und einer Konklusion besteht, heißt Zylogismus. Ein Argument kann eine Behauptung nur dann gut begründen, wenn es gültig ist. Bevor wir uns genauer anschauen, welche Bedingungen erfüllt sein muss, damit ein Argument gültig ist, werfen wir zunächst noch einen genaueren Blick auf die Aussagen, aus denen ein Argument besteht. In der klassischen deduktiven Logik werden Aussagen als Sätze definiert, die prinzipiell entweder wahr oder falsch sind. Sätze wie »Setz dich hin«, »Wie viel Uhr ist es?«, »Mist, es regnet« oder »Ich wünschte, es wäre Sommer« sind keine Aussagen. Auch vage Aussagesätze, die weder wahr noch falsch sind, werden in der klassischen deduktiven Logik nicht berücksichtigt. Die Grundannahme der klassischen Logik ist ihre sogenannte Zweiwertigkeit. Diese geht zurück auf Aristoteles und besagt, dass jede Aussage entweder wahr oder falsch ist, beziehungsweise umgekehrt formuliert, keine Aussage zugleich wahr und falsch ist. Ein Argument ist logisch gültig, wenn aus den Prämissen die Konklusion logisch folgt. Das bedeutet, wenn ich die Prämissen akzeptiere, muss ich auch die Schlussfolgerung akzeptieren. Wenn alle Prämissen wahr sind, muss auch die Konklusion wahr sein. Oder anders formuliert, es ist unmöglich, die Prämissen für wahr und die Konklusion für falsch zu halten. Ein Beispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Es regnet, also ist die Straße nass. Schlüsse sind wahrheitserhaltend. Sie übertragen die Wahrheit von den Prämissen auf die Konklusion. Die Gültigkeit eines Arguments ist unabhängig von der faktischen Wahrheit der Prämissen. Nehmen wir einmal die erste Prämisse unseres Arguments. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Diese Aussage ist falsch, wenn sich die Straße in einem Tunnel befindet. Damit ist auch die Konklusion faktisch falsch. Dennoch ist das Argument logisch gültig. Für die logische Gültigkeit eines Arguments spielt es nämlich keine Rolle, ob die Prämissen faktisch wahr sind. Ob die Prämissen wahr sind, untersuchen die empirischen Wissenschaften. Ob das Argument gültig ist, untersucht die Logik. Bei einem gültigen Argument können die Prämissen wahr oder falsch sein. Wichtig ist nur, dass die Konklusion logisch aus den Prämissen folgt. Ein Argument ist ungültig, wenn die Konklusion nicht aus den Prämissen folgt. Ob die Prämissen wahr oder falsch sind, ist unerheblich. Sind die Prämissen wahr und das Argument gültig, spricht man von einem schlüssigen Argument. Ein schlüssiges Argument ist also gültig und zudem sind alle seine Prämissen wahr. Ein Beispiel für ein schlüssiges Argument wäre, Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Das Argument, alle Frauen sind dumm, Marie Curie ist eine Frau, also ist Marie Curie dumm, ist zwar gültig, nicht aber schlüssig. Die erste Prämisse ist nämlich falsch. Doch Vorsicht, die Wahrheit der Prämissen sagt noch nichts über die Gültigkeit und damit auch die Schlüssigkeit des Arguments aus. Es können alle Prämissen und die Konklusion wahr sein und dennoch kann das Argument ungültig sein. Zum Beispiel, Dass dieses Argument trotz wahrer Prämissen und wahrer Konklusion nicht gültig und damit nicht schlüssig ist, sehen wir, wenn wir ein ähnliches Argument konstruieren, in welchem die Prämissen wahr, die Konklusion aber falsch ist. Zum Beispiel, Die Logik interessiert sich vor allem für die logische Gültigkeit von Argumenten. Für die Beurteilung der Schlüssigkeit von Argumenten muss nämlich zusätzlich die Wahrheit der Prämissen beurteilt werden und hierfür ist normalerweise sachspezifisches Wissen nötig. Das heißt, es ist Aufgabe der empirischen Wissenschaften zu beurteilen, ob die Prämissen wahr sind oder nicht. Die Gültigkeit von Argumenten kann hingegen unabhängig von den sachlichen Inhalten beurteilt werden. Wozu aber sollten wir die Gültigkeit von Argumenten untersuchen, wenn doch ihre Prämissen auch falsch sein können? Die logische Untersuchung von Argumenten ist in vielerlei Hinsicht relevant für die Praxis. Wenn wir sehen, dass das Argument gültig ist, die Konklusion aber falsch, bedeutet das umgekehrt, dass eine der Prämissen falsch sein muss. Aus der Falschheit der Konklusion können wir bei einem gültigen Argument auf die Falschheit einer der Prämissen schließen. Wenn ich hingegen weiß, dass beide Prämissen wahr sind und das Argument gültig ist, dann muss die Konklusion wahr sein. Lassen sich beide Prämissen empirisch beweisen, kann ich bei einem gültigen Schluss schließen, dass die Konklusion ebenfalls wahr ist. Außerdem ermöglicht die Logik das hypothetische Denken. Es geht nicht so sehr darum, was faktisch wahr ist, sondern darum, was wahr wäre, wenn die Prämissen wahr wären. Und Logik schult die Analyse von Argumenten in alltäglichen gesellschaftlichen oder politischen Diskussionen. Im Alltag bleiben Prämissen von Argumenten häufig implizit, werden also nicht konkret benannt. Um Argumente im Alltag zu untersuchen, muss man daher zunächst die impliziten, versteckten Prämissen finden, bevor man das Argument rekonstruieren und auf seine Gültigkeit untersuchen kann. Die Logik hilft uns dabei, Argumente auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen. Ist ein Argument logisch gültig, muss nur noch empirisch untersucht werden, ob die einzelnen Prämissen faktisch wahr sind. Dann ist das Argument nicht nur gültig, sondern auch schlüssig. Hältst du die philosophische Logik für sinnvoll? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Logik Grundbegriffe kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!